Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Gameplay Video. Hier seht ihr einmal Timmer aus unserem Hausteam Evocati. Er spielt mit einer MP7 als Gasblowback und Endpass verbaut. Damit hat er ungefähr 0,8 Joule. Auf jeden Fall ein sehr geiles Teil, gerade für das CQB. Der Spielmodus ist Team Deathmatch. Gespielt wird mit unserem Buzzersystem. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Da noch einmal... Und dann gehen wir mal der Nahe. Ja, ihr macht nach mir. Danke, du kaffst! Wir sind mit dem Passant vor. Kommt was an bei dir? Kommt was an bei dir? Ja, aber nein. Hier gab es einmal technische Probleme mit der MP7. Da hat das Gas abgepfiffen, aber zum Glück kam der Schuss noch raus. Somit konnte er den Gegner noch hitten und jetzt schnell ein neues Magazin rein und weiter geht. Sorry, sorry. Oh, das ist's. Vielen Dank. Ihr habt das gesehen, unsere neuen dunklen Räume auf dem Stico B-Feld sorgen auf jeden Fall nochmal für den kleinen Extra-Kick an Adrenalin. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist ein schönes Beispiel für Gentleman's Bang. Bang Bang. Vielen Dank. Hahahaha Untertitelung des ZDF für funk, 2017